Willst du warten? Nur worauf wird sie erwachen? Wenn du es glaubst, sieh den Morgen, weißt du nicht, dass sie am Morgen an dir zerbricht. Der Mond hat bestimmt, dass alles zählt. So ist das hier auf dem Land. Da muss jeder ran. So Specki, wie ist der Stand der Ringe? Ja, perfekt. Wir können sehen. Ich habe angefangen mit dem Song Eisherz, der ist fertig. Henning sagt, toll. Wir stehen ganz am Anfang, aber es macht Spaß. Man darf auch nicht den Mut verlieren, wenn die Liste noch leer ist. Und jetzt mache ich mal Feuer, dann weiter geht's. Feuer! 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 Die Liste füllt sich so langsam. Es ist schon ziemlich spät. Es ist halb drei Uhr nachts. Ich würde sagen, wir machen uns noch ein Bier auf. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon mal. Heute ist ein großer Tag. Wir sind auf der Flucht ins Glück. Ich habe im Moment gerade Musikgeschichte geschrieben. Klar. Okay, los geht das. Das wird fett. Henning. Specki. Prost. Prost. Wir haben es geschafft. Inklusive Snare kaputthauen. Erster. Prost. Lebens Norman. Her name und sch자f. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.